Ich bin schon auf Touren sein. Ich pumpe da nochmal ein bisschen hoch. Aber Sie sehen schon, Sie haben auch schöne Wehen. Wunderbar kann man spritzen, da sind die alle glücklich. Die finden die immer, ja. Sie sind kooperative Patienten, aber brauchen Sie keine Hilfe? Ne, wenn man ein Positiver ist, braucht man das. Jetzt gucken wir mal, was der gleich sagt. Der hat nochmal hochgepumpt, vielleicht geht er doch ein bisschen höher, als er uns angekriegt hat. Ja, weil ich ja los will. Wann wollen Sie los? Als ich schwanger war, da ging es besser. Naja, wir wollen nur nachts Gorki. Also, das sind nur drei Stunden. Gucken wir, was macht. Du hast gar keinen Positiver. 117 zu 70. Und? Das ist doch ideal. Ich kann es nicht weiterfahren.